Hallo Leute, jetzt wieder Tanzverbot, die Kamera guckt einfach dahin, aber ich bin ja trotzdem irgendwie drauf und das ist voll merkwürdig, weil ich muss ja in die Linse gucken, aber die Linse, ihr müsst euch vorstellen, also ich zeig jetzt auf die Linse, aber die geht so an mir vorbei und trotzdem bin ich irgendwie drauf, so fast mittig, das ist sehr merkwürdig, egal, das Thema, wie wahrscheinlich im Titel beschrieben, wenn ich nicht übertrieben klickbaite, weil ich eine Milliarde Klicks haben will, auf dieses Video, geht um Fußball, beziehungsweise die WM, viele Leute haben mich gefragt, was ich für Fußball, beziehungsweise der WM halte, ich habe mich ja so grundlegend zu dem Thema schon mal geäußert, jetzt nicht explizit auf die WM bezogen, sondern generell um den Fußball, dass ich halt mit Fußball überhaupt nichts anfangen kann, in dem Fall, also so, wenn ich hier Leute, gerade auf Twitter, das ist ja ganz schlimm, wenn in Champions League irgendeine Scheißmannschaft, die ich nicht mal kenne, gewinnt, dann ist ja erstmal wieder irgendein Hashtag ganz weit oben und alle twittern, ja, meine Boys, ja, endlich meine Mannschaft hat gewonnen, blablabla, ich kann mich da gar nicht wiedererkennen, so, ich kann mit Fußball einfach nichts anfangen, ich bin jetzt nicht so weit, dass ich sage, ja, irgendwelche Idioten rennen Ball hinterher, ich kann schon nachvollziehen, dass irgendwelche Leute Bock darauf haben, aber ich kann damit nichts anfangen, jedenfalls in keinster Weise, in wirklich keinster Weise, mit Champions League oder sowas, alles außerhalb von diesen International- oder Europa-Geschichten. WM, ich habe die letzten zwei Spiele gesehen, erstes Spiel gegen Mexiko war ja ein totaler Reinfall, so, alle haben angefangen, so extra Fernsehen draußen aufgebaut, dann gucken wir da, schön auf die Fresse bekommen und wir haben natürlich alle so voll die hohen Ansprüche gehabt, weil wir sind Weltmeister und da dachten wir, jetzt ficken wir die richtig, ja, und dann wurden wir gefickt. Beim zweiten Mal, das habe ich auch verfolgt, ja, war ein krasses Spiel, am Ende der, zwei Minuten vor Ende hat Deutschland dann noch ein Tor geschossen, ich muss sagen, die in meiner Umgebung, mit denen ich das gesehen habe, die sind alle irgendwie total ausgerastet, so, und haben sich komplett gefreut, und, äh, ich habe mich, also, so ein Druck, ich hatte in mir, also, ich bin wirklich kein Fußballfan, das ist sehr schwer, das zu, das zu beschreiben, so, ich hätte es irgendwie in einer Hinsicht schade gefunden, wenn Deutschland verloren hätte, aber ich glaube, mich hätte das jetzt auch nicht, äh, meine, 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 meine Laune hätte das jetzt nicht schlechter gemacht. Im ersten Moment, da hätte ich mir vielleicht gedacht, so, ja, schade, weil Deutschland, ich wohne in Deutschland und es wäre schon irgendwie schön, wenn, halt, Deutschland weiterkommt, weil bestimmte Stimmungen, die denn da halt entstehen während des Spiels, so, ist das ganz schön. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn draußen irgendwelche Dacia, Dacias mit, äh, acht Fahnen am Fenster rumfahren und dann auch noch schön an ihren Seitenspiegel noch diese Fahnen dran haben, das kann ich nicht nachvollziehen und, oder diese Leute, die jetzt irgendwie so acht Meter Deutschland fahren, aus ihren, äh, aus ihren Fenstern raushängen lassen, das kann ich auch gar nicht nachvollziehen. So, weiß ich nicht, das ist, das, das, das geht mir in eine zu extreme Richtung, genau wie, äh, zum Beispiel so Hooligans oder sowas, so, wenn irgendeine Mannschaft gewinnt, dann sind die so aggressiv und schlagen irgendwelche anderen Fans von der anderen Mannschaft, obwohl die sich nur dafür freuen, dass ihre Mannschaft halt gewonnen hat, so. Ich kann das, äh, dieses ganze Fußballphänomen, das ist halt, das, das liegt, liegt mir nicht so, aber ich kann sagen, dass ich halt, äh, mich so, 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 so minimal freue, also minimal freue und auch es schade finden würde, wenn Deutschland verliert und freuen würde, wenn halt Deutschland weiterkommt, aber ich würde jetzt nicht so komplett jubeln und anfangen zu weinen und sowas, wenn ihr versteht, was ich meine, ich bin so neutral, aber ich gebe zu, dass ich es auch im ersten Moment ein bisschen schade finden würde, wenn Deutschland ausfallen würde, äh, äh, ausscheiden würde. Heute spielen wir ja gegen Südkorea, Ost-Nordkorea, ja, Nordkorea wahrscheinlich nicht, oder? Keine Ahnung, die haben, die wissen nicht mal, was ein Fußball ist, die haben ja auch gar kein Internet, die wissen wahrscheinlich nicht mal, dass eine WM da ist, ähm, ja, das habe ich halt auch nur mitbekommen, weil bei McDonalds halt, äh, so ein Angebot gibt, dass es gibt irgendeinen Südkorea-Burger, der halt aussieht wie ein Maghrib, den werde ich mir auch holen, deswegen weiß ich das, glaube ich, dass die heute spielen, und, ja, ansonsten, Nääääh. Habe ich, habe ich noch so ein, äh, so, so ein Sammelheft, ich habe es auch schon geschafft, so ein, so ein paar Dinger hier einzukleben, das sieht sogar, das sieht, das sieht sehr, äh, das sieht ja sauber aus, oder? Einige habe ich total verkackt, aber das regt dann auf. Dann klebe ich den so halb rauf, man sieht den Namen sogar noch, und die Zahl, weil ich den so eklig raufgeklebt habe, weil ich irgendwie, äh, unkonzentriert war, aber dann kann man das Ding nicht mehr abkleben, weil man damit das ganze Heft kaputt macht, aber sonst habe ich das irgendwie bei 99% gut hütteln bekommen. Ähm, ich habe mir so ein paar Nini-Sammelheft nicht deswegen geholt, weil ich so der übelste Fußballfan bin, sondern, weil ich, ich habe das schon mal ein paar Mal erwähnt, 2006 habe ich mir auch mal so ein Sammelheft geholt, 2006, da war das Feeling noch richtig da. Ja, Real Talk, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wo diese, wo die WM 2006 in Deutschland war, in Berlin, wollte ich schon sagen. Da war das ein, das war ein richtig krasses Feeling, ich glaube, da waren wir auch auf einer Fanmeile, war das, nee, da waren wir nicht auf der Fanmeile. Ach nee, wir waren am Brandenburger Tor mal zu Silvester. Ich weiß noch, da sind wir um 15 Uhr hingegangen und standen halt den ganzen Tag, damit wir vorne, äh, vorne stehen konnten. Ich durfte vorne auf dem Zaun sitzen. Ich war wirklich vorne am Brandenburger Tor und da muss man echt, wir haben da sieben Stunden oder so gewartet. Ich weiß gar nicht, was das für ein Tag war. Waren wir überhaupt pinkeln? Echt merkwürdiger Tag, okay, hab ich verwechselt. Hey, was ist denn das hier für ein Video? Das ergibt gar keinen Sinn. Ach nee, ich kann nicht schneiden. Ich hab keinen Bock, das Video zu rendern. Ich wollte gerade rausgehen, aber das ergibt auch keinen Sinn. Ah, was hab ich denn jetzt ertreten? Oh, Grüße geht raus an Giotto. Ach, da hat mein Fuß geklebt. Naja, das war alles, was ich sagen wollte. Also, äh, kurz zusammengefasst. Ich bin kein übertriebener Fußballfan. Ähm, so Bundesligaspiele und sowas kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Freundschaftsspiele sind mir auch scheißegal. So, WM. Freue ich mich, würde ich, freue ich mich, wenn Deutschland gewinnt. Aber, äh, es würde jetzt meine Laune auch nicht, äh, eine Woche lang schlecht machen, wenn wir verlieren würden. Es wäre schade im ersten Moment, aber ich bin dem Ganzen eher neutral gesinnt. So. Also, trotzdem wünsche ich Deutschland heute, äh, viel Glück beim Spiel. Ich weiß gar nicht mal, wann die spielen. Vielleicht lade ich das Video erst dann hoch, wenn sie es schon verloren haben. Das wäre halt komplett scheiße. Ich muss mal gucken, wann die spielen. Das wäre ja ultra kacke. Deutschland verliert und ich lade das Spiel und ich lade ein Video hoch, was ich von der WM halte. Ja, ich werde das jetzt mal gucken, wann das Spiel ist. Dann werde ich es vorher hochladen und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr an meiner Seite geblieben seid. Vielleicht seht ihr irgendwann auch mal meine intimen Bereiche. Würde ich mich sehr freuen. Deswegen, bleibt am Start, bis ihr das gesehen habt. Dann könnt ihr... Tschüss. Tschüss.